I'm coming home, I'm coming home, tell the world, I'm coming. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Mal. Aber wie viele Kanäle hat bitte dieser Hugo, Alter, ist das nicht normal? ... ein Video. Streamer kennenlernen mit Monte. Wer ist denn das? Ist das Gigant? Ja. Bruder, ich kenne es, es gibt so viele Streamer, die ich nicht kenne. Ich bilde mich auch gerade weiter. Gigant ausgesprochen. Gigant nenne ich den ja mal. Ich bin Gigant. Oh, ein Gigant hier. Oh mein Gott, Gigant, Dankeschön, wir holen uns, gib den Zapf. Nick? Ja, Nick. Hä? Sah der nicht früher mal ganz anders aus, Digga? Hatte der nicht, hatte der früher nicht mal blaue Haare? Oder wenn ich jetzt doof ist, weiß ich niemand anderes. Starlet Nova, ist das die hier oder was? Ja. Oh, den Vlogger, mich schon mal angucken. ... ein Deutscher auf einem englischen IP-Server spielen. Was ist Ihr Name? Oh, mein Name ist Konrad. Konrad Kurz, Dugenschmirz. What? Waschmaschine gehört in einen separaten Raum oder ins Badezimmer. Das war's. Waschmaschine ist das mit Kleidung, ne? Oder warte, Spielmaschine. Waschmaschine ist das mit Kleidung, also das mit dem runden Ding vorne. Kernkommentar. Hey, ist der Italiener oder so? Verwechselt Nick mit Vic. Ja, safe. Ampro. Läuft bei denen was? Ist da was? Ja, die mögen sich sehr. Hast du da mal den Ausweis kontrolliert, Sascha? Die ist ja im Kinderzimmer. Wenn die... Aber true, Alter, heutzutage musst du den Ausweis kontrollieren. Streaming, Raum und Bett in einem hat. Sascha, die ist unter der Fittiche von Vater. Honeypoo, warte mal, einmal einen Cookie machen. Sascha und ich, wir sind... Spiel. Ich will sagen, wir sind Freunde. Wir waren schon immer Freunde und bleiben immer nur. So? Freunde. Tanz, Tanz, Tanz. Beide. Sascha weg, da. Ey, für den gefallenen Bruder. Ah, weg, raus. Raus, raus, raus. Sascha, raus. Scrum, was sagst du dazu, dass genau ausgerechnet du bei diesem Kommentar von IndieFox Wiesel sperrst? Hat das eventuell einen Hintergrund? Scrum! Rede und Antwort will ich hören. Er hat einfach ein Bild davon. Oha. Oha, Alter. Ich wollte nochmal direkt gucken, ob Gulag funktioniert. Welcome to the Gulag. Er wollte testen, ob Gulag funktioniert. Ich wollte nochmal direkt gucken, ob Gulag funktioniert. Timo fühlt sich bei Pal Pal Platy echt wohl. Aber ich frage mich, was in manchen Köpfen von den Streamern abgeht. Überhaupt Papa Platy macht das ja oft. Warum setze ich mich vor den Stream und schaue mal Harry Potter an, Alter. Warum? Ich meine, so ein paar YouTube-Reactions ist okay, aber halt ja nicht so einen ganzen Film, Mann. Ich weiß, was viel cooler ist als zwölf kleine Amerikaner. 13. Ich weiß, was noch witziger ist als 24. 25. Und in Salzburg essen wir Salz. Soll ich dir sagen, wie viel Leben der Titanen noch hat? Hilfe, Hilfe, ich falle. Ja, ich hab dich fallen lassen. Das tut mir echt leid. Nun kommt die Rache an Humart. Hä? Max hat mich abgeschlossen. Ich bin tot. Du bist wie im Zoo der Affe. Welcher Zoo im Affe? Knossi präsentiert die Teilnehmer des Mittelalter-Games. Ich weiß nicht, ob die überhaupt drangeht. Oh, nicht, dass die halbnackt drangeht. Warte mal. Ich meine, man kann über den Typen sagen, was man will. Also über Knossi. Aber was der in einem Jahr mit den Camps auf die Beine gestellt hat. Ja, lass das Horrorcamp ein Flop gewesen sein. Aber dann sollen die Zuschauer mal das machen, was er macht. Einfach so. Ich feier mein, ist Angelcamp am meisten. Das hab ich am meisten gefühlt irgendwie. Aber trotzdem, es ist nice, was er auf Twitch veranstaltet. Einfach zwei, drei Tage durchgehend live. Soll ich meiner nachmachen? Es tut mir leid. Dann hat jeder was davon. Das ist doch schön. Man muss auch mal was geben können. Sascha ruft. Oh mein Gott, Nummer gelegt. Halt's Maul. Was ist denn, Bratty? Warte, ich hab mal eine Neuzi-Moder. Mit einem Backflip, so ein Ding ist das. Würde ich ja so einen nicen Frontflip machen. Ah. Also ganze Watchparte machen und hier Filme mit uns schauen. Aber ich glaub, der hat den Film nicht mal gezeigt. Doch, hat er. Ich weiß eh, dass es Watchparte gibt. Aber ich find diese Funktion unnötig. Ich mein, sicher. Einmal oder so ist sicher nice. Aber Alter, der macht das jetzt, glaub ich, jede zwei Wochen gefühlt. Den Film kann ich mir privat auch anschauen. Sondern er reagiert eh nicht auf den Chat. Das ist ja das. Das Moped hat irgendwie ein Problem mit mir, Digga. Die leichtesten Stunts macht das Scheiß, denk ich nicht mehr, Mann. Ich guck ihn noch mal nach hinten. Okay. Klar, jetzt beantworte. So, jetzt zeig ich euch, wie breit meine Zunge ist. Tschüss. Das ist ja keine Zunge mehr. Ich lege mir auch dadurch extrem selten auf die Zunge drauf. Schlup. Schlup. Chongqing gilt in China als Hauptstadt des One-Night-Stands. Jungs, pack die. Da seh ich mich. Die Koffer. Chat, ich geh mein Haus. Seht ihr dieses Insekt hier an der Wand? Na, mein Kleiner, was willst denn du hier? Ich hab gar nicht mehr. Es ist einfach mal ein Insekt. Ich hab nur noch eine Suppenkelle. Das ist richtig... Hüsch. Das ist richtig dumm. Wenn ich das einfach so essen mit dem Stil, ich hab mir gedacht, das wäre irgendwie smart. Das ist lecker. Warum? Mh. Hol dir eine Gabel, ich hab keine mehr. Wer braucht schon eine Gabel, wenn man eine Suppenkelle hat? Do I hear something from the UK, bro? Eat the time we juice and a piece of wine. Can you go and paste on a juice and a juice and a piece of wine? Ich hab mir immer nicht so oft klar, dass ich früher dachte, dass dieses hier, diese zwei Finger zusammen, dass das bedeutet, dass man Sex mit einem anderen Typen will. Das ist das, was ich dachte, das sind zwei Penisse, die sich berühren, bro. Bis ich gecheckt hab, was das einfach so Unsicherheit bedeutet. Das ist so dumm einfach. Ein 5 Euro Support ist trotzdem ein anderer Support als 5 Euro und das wertschätzt du eben nicht. Ähm. Nee, Digga. Freimax. Nee, Digga. Ein legendärer Körstream. Wir sind die besten Köche der Welt. Was Backpapier ist auf dem Boden gefahren. Ja, du hast es auf dem Boden geboren. Entweder Buschbundabstand und Boden halbieren. Halbieren? Du hast die da auch reingeduckt. Ja, weil ich da erstmal speichern wollte. Ja, manchmal. Er wollte sie speichern. Das ist, äh, das ist zu dünn manchmal. Was machst du? Blätter? Das sind eine Million kleine Blätter. Deswegen ist das ein mittelschweres Gericht und dauert 35 Minuten. Alter, was Fapp. Was führen die da auf? Können wir den mit 5 Leuten teilen? Ja, 5 Minuten, so nenn. Das ist gut, man ist fertig. Sind das nicht ein Teil noch auf dem Handy? Das ist doch so viel chilliger. Das ganze Wasser verkauft. Ist das richtig? Ja. Du kriegst noch etwas anderes. Mach halb die Hälfte, wenn ich muss kommen. Ich hatte zu viel Bock einfach auf dem Handy. Was der Fack, Bro. Holy shit. What the fuck, dude? Dude. So. Digga, wer hat denn mein Crew-Embling geändert? Ich wusste es nicht. Irgendwie hat das Emblem geändert, Digga. Nicht anfangen zu, äh, was nicht mit dem Rauchen anfangen, da habe ich schon längst gehofft. Da habe ich geschrieben, ha, sorry, dog. Habe gerade einen Zug von der Zigarette genommen und wieder runtergekommen. Auch das neue Dashboard im Übrigen, Spotify, absolute Scheiße, Digga. Freundin. Ninninninninninninn. Feed. Was ist das? Oh, die Scheiße. Über die Wolken. Noch mal Wolken? Nee, Digga, ist ein Bug. Nice of, nice of all. By the way. Gib mir der Steuer, bitte, komm. Das war kein Meter, hast du das gesehen? Es gibt einmal diese eine Pätze. Du, jetzt mischt du wieder alle Headset-Teile. Alex, Romatra mischt alle Headset-Teile wieder. Alex, Romatra mischt alle Headsets. Du kriegst euch so Ärger, Romatra. Verstehst du, was er sagt? Soll ich es übersetzen, Jungs? Blablabla, Bäume, blablabla, bisschen Rasen, blablabla, blablabla, hier steile, zack, zack. Eventuellerweise würde ich sogar in einem Morgen arbeiten. In einem Morgen Abend Ja, der hat scheiß drauf. Gibt kein Stream. Nein, in einem Morgen... Ach gut, ich kann es nicht aussprechen. Morgen Abend streame ich vielleicht. Jalla. Gute Nacht. Ist okay.